Hallihallo, liebe Kinder! Ja, heute wird es ganz besonders spannend, denn ihr seht schon, heute habe ich für euch hier was Tolles aufgebaut, nämlich eine Ritter-Szene. Es geht in dem Lied um Folgendes. Stellt euch doch einfach mal vor, ihr seid ein Ritter oder eine Ritterin. Und ihr wollt nach Hause, es ist kalt draußen, ihr wart den ganzen Tag unterwegs, ihr habt totalen Hunger und ihr wollt einfach wieder in eure Burg nach Hause essen, schlafen, zu Mama und Papa, wie auch immer. Aber das Problem ist, das Falltor der Burg, das ist unten. Wie nennt ihr das? Und der Wachmann oder die Wachfrau, der das eigentlich öffnen müsste hier mit seiner Kurbel, der Wachmann oder die Wachfrau schläft und ihr müsst die irgendwie wach kriegen. Wie kriegt ihr die Wach? Natürlich mit Instrumenten. Es kommen gleich mehrere Ritter nacheinander. Erst einer, klappt nicht, dann zweiter, immer noch nicht laut genug, dann dritter Ritter und dann klappt es. Und das könnt ihr zu Hause auch nachspielen. Ich zeige es euch mal, wie das bei mir sein wird. Der erste Ritter, der wird gleich hier auf der Trommel spielen. Und zwar immer drei Mal, ne vier Mal, vier Mal. Und zwar immer nach der Trompete. Ihr seht da auch so eine Trompete. Wenn die Trompete erklungen ist, dann hört man ihn. Wir probieren es mal. So wird es gleich sein. Dann kommt der zweite Ritter. Hört man wieder die Trompete. Und der zweite Ritter spielt auf diesem komischen Instrument. Drei, zwei, drei, vier. Die spielen nacheinander. Klappt immer noch nicht. Dann kommt irgendwann der dritte Ritter. Also erst der zweite, dann der dritte, zwischendurch die Trompete. Und der spielt auf dem riesigen Becken. Auch vier Mal. Und wenn der gespielt hat und die anderen zusammen, dann wird endlich der Wachmann wach. Und alle können in die Burg rein. Ihr könnt das ja zu Hause vielleicht. Baut er euch aus Matratzen oder so. Baut er euch eine Burg. Und ich bin mir sicher, das wird ganz, ganz spannend. Und jetzt geht es los. Viel Spaß. So, da bin ich wieder. Jetzt geht's los. Ein kleiner Ritter steht vor dem Falltorgitter. Er will gern in die Burg hinein. Das Tod ist zu gemein. Wen singt er jetzt? Lasst mich rein, lasst mich rein. Ich will in die Burg hinein. Und ich spiele jetzt an meinem Instrument. Dü, dü, da, 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 da. Sch, 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 sch. Immer weiter, immer weiter, bis die Grundwache erwacht. So lang spiele ich und mache Krach. Aber der Wachmann schlägt leider immer noch. Aber auch noch ein zweiter. Zwei kleine Ritter stehen vor dem Falltorgitter. Sie wollen in die Burg hinein. Das Tod ist zu gemein. Wo sind die Beine jetzt? Lasst uns rein, lasst uns rein. Wir rollen die Burg hinein. Und wir spielen jetzt das Wunderbüttel. Beine zusammen. Immer weiter, immer weiter, bis die Burgwache erwacht. So lang spielen wir und machen Krach. Aber der Wachmann schläft immer noch. Drei kleine Ritter stehen vor dem Falltorgitter. Sie wollen in die Burg hinein. Das Tod ist zu gemein. Lasst uns rein, lasst uns rein. Wir rollen die Burg hinein. Und wir spielen jetzt das Wunderbüttel. Da, 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 da. Da, 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 da. Psch, 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 psch. Alle zusammen. Immer weiter, immer weiter, bis die Burgwache erwacht. So lang spielen wir und machen Krach. Aha. Der alte Wachmann rufst das ist das für Krachmann. Dann hobelt er das Pfeiltor auf Und ruft noch einmal Ja, ja, ich mach schon auf. Die Ritter können ihre Burg Und endlich in der Burg angelangt singen sie Wir sind drin, wir sind drin So ein Wiel, ich glaub ich spinn Alle Ritter stehen vor Freude noch mal auf. Juhu! Immer weiter, immer weiter Und sie sind jetzt alle heiter Und das Ritterlied, das ist jetzt aus Padaus! Das war das Ritterlied! Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Tschüss ihr Lieben Macht's gut Wiedersehen Bye 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 Vielen Dank.